So Freunde Ausgaben Willkommen zurück zum neuen Video von meinem Kanal Willkommen zurück zum neuen Video von mir Achso ich bin die Freunde von Kevin Hallo So jetzt müssen wir wieder die Karte Falls man mich noch nicht mitbekommen hat ich bin die Freunde von Kevin 9 7 6 7 3 4 9 7 6 3 Wo steht denn der Code? Wo liest du das denn? Auf der Karte? Fick dich Äh Zugangskarte 9 7 6 7 3 4 Ich guck immer auf den Full Access Da guck ich immer 9 7 6 7 3 4 9 7 6 7 3 4 9 3 4 9 6 7 6 9 1 9 7 6 7 3 4 9 7 6 7 3 4 Die sind drinne Die geht jetzt schon aus, das gefällt mir nicht Ey, wer macht das? Ja noch nie Dich mach ich als erstes glaub ich, du bist schwarz Boah alter! Junge wie rassist Ähm, ja er hat kleine Bäume Ich glaub er ist geil Und so Und so Ja Ja Ich glaube auch Ja Naja, ich würd sagen, zuerst geht's ins Farbliche Die sind meistens Die etwas entspannter sind vielleicht Na gut, dann lass uns mal loslegen Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir Gut, dann lass uns mal richtig zur Sache gehen, ja? Wir werden uns jetzt so erschrecken Wir werden uns wieder richtig Oh! No! Also ich kann mich ja auch anschauen, ne? Ich kann nur Spiel und dich anschauen Weil ich muss ja nichts machen Ich muss nur zuschauen Ich muss nix machen Ja Und du bist so süß Boah, sie sind so schön Ne Frage Im Livestream Sollen sie dich heiraten? Ich will dich heiraten, ja Okay Ich dachte, du bist eine Frau, lol, das müsste ich sagen Die hat hier nur nen Arsch Und ne andere Teile Da hast du was, da hast du nix Guck mal weiter Gehen wir mal die Möbis Da hast du was Handdrehen, Handdrehen, Handdrehen Nimmst nicht bei der Hand, sie sind ekelhaft Zu Fuß Fuß Ja Ja Okay, da ist nix Warte, da ist auch was Warum geht das nicht? Ah, Rücken könnte auch noch was sein Da vorne war auch noch was So, erzähl aber nicht anscheinend So, die Tür mach ich zu Das mag ich nicht Die Tür, dass ich auch mal zu So Na gut Ach, fick mich doch Geh wir hier mal back So So 28 Jahre Ist echt fast sehr jung Hä, das ist voll, voll jung So Am Kopf hat sie Flecken Die hat eine Prellung mit der linken Schulter Am rechten Arm hat sie auch Flecken Äh Äh Ach, fuck you Linker Arm Linker Arm Linker Arm Und rechtes Bein Mach doch, linker Arm Will er nicht Linker Arm Jetzt genommen Das war's So Dann drücken wir mal den Scheiße aus Oh 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 Ähm Spiel Wo 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 ist Herbert Wo ist Herbert Was Ich schlitz die Kehle auf, dann Spiel Wo ist Herbert Wo ist Herbert Was Spiel Wo ist es An den Flummer Ne, das ist auch nice Hä Ach Junge Da, an dem Bild Hinter dir Bild Hinter dir Da Ja, da Das ist so ein Haken Und Y Nach Unten gezogen Mach das schon mal rein Dann haben wir das schon mal Das ist das da Das ist das Ja, das ist das Also das könnte ein Ball Miet sagen Einen Ein Einen Einen Sehr interessant Einen 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 Und das war Huck Aber es reicht dir auch Huck haben Nein, bitte mach nicht die türen Hallo Ich bin hier drauf Guten tag geworfen er noch ein Ziel ist die Nadel in die Turm 3 das Jahr na guter Frau mit Hörer ihren Mund ich möchte mein dünnlicher einstecken verschiedene oder so macht den mund zu na gut jetzt wollen wir die augen klappen da sind ja ach die augen zu so dann brauchen wir den ganzen scheiß stoff hier ich freue mich nicht wirklich ist das falsch die sind angeschlagen da ist nix in den Schränken in den Sch- Arschloch in den Schränken Schau mal da genau da Nein, das ist falsch Wie kann ich bitteschön von einem Schrank ins andere Schrank reinballern, weil das ist immer sowas von so ein Kotzen Nein, bitte geh weg Was ist Hä? Wird du Stress oder was? Muckst du dich So Wie kann du wohl Was ist das? Das ist interessant Hä? Da unten wahrscheinlich Nein 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 Da muss es ja hier unten sein Nein 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 Hä? Da ist nicht Kappel drin? Da ist diese Kamera drin das brauchst du ja noch nicht das brauchst du noch nicht das ist doch hier unten gewesen das ist doch das da das ist doch richtig gewesen was wollt ihr von mir dann brauch ich jetzt Teech eine unverständliche Reagenz die kommt dann da rein äh dann in die Karotis einen Schnitt machen mit dem Skalpell Skalpell ist hier oh ich find das so eklig wo der Schlauch ist ne äh ehrlich danach brauch ich diese Hafteckel mit die ist hier drin und dieses Schlauchzeug das war hier unten ne das war nicht hier unten doch nein das waren doch diese Maske doch hä ach dann war das die Pets dann da ist nix passt schon da ist auch nix nein passt gut dann schneiden wir sie mal auf Madame oh das ist so eklig bam dann reinballern auf den Lachs so mhm 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 reagieren nur fertig endlich so ein Scherz mit entfernen doch verschließen weiter geht's das passiert wenig, das heißt bei dir ja, fick dich ähm, leeren Infusionsbeutel, Infusionsbeutel bis oben richtig ähm, dann mit dem Scheißbeutel trocken trocken dann brauchen wir die den Kack, glaub ich um dann den Kack zu machen bitte kommt kein Buch von der Decke würde mich sehr freuen das weiß ich was ist na komm na komm, steh ich auch mal hinein hier die 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 ja, finde ich dich super hat den Darmenspiegelung Spiegelung das ist sehr cool so das liegt dann müssen wir hier das Klöchen nah oh nein das ist schon wieder die Zähne also ist die Kack im Spiegel Reiniger Basis So muss das gespült werden, danach brauchen wir das feuchte Ding, hier oben, dein Gesicht waschen und ab geht's, weiß ich nicht, das finde ich gut, gibt's auch nichts Neues, ich hab immer Angst wie das scheiß Ding angeht, da hab ich übelst über Herzfang, so wasch wasch waschi 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 krieg ich meinen Sack waschi, mach ich die auch waschi waschi, so mit ihnen sind wir fertig Madame, sie können sich vertusten Kein jemand in der Decke, kein jemand dahinten, lass mich angucken, so schmarte, ok, find ich sehr cool ich hab bei dem immer noch anfassen, dass mir irgendwas sein könnte, aber da bin ich mal froh, dass es nicht so ist gut, sie können jetzt hier rein wieder die Insel ist fertig sie waren nett, das hat mir sehr gut gefallen ich kann gerne so weiter gehen ich fahre schon wieder rein, dann kann ich irgendwo schlafen so, der nächste das werden sie sein, sie werden klein diese tiefen Schärfe gibt mir auch, wie gesagt, das mach ich aus so, mal gucken was du zu bieten, du hast vielleicht jetzt schon wie ein Arschloch ja, genau du oh mein Gott wie creepy da war gerade was mhm heyo wachen sie jetzt auf, oder was wachen sie jetzt auf, oder was wachen sie jetzt auf, oder was der erste Kreis noch nichts entschenkt es ist ziemlich ruhig aber hey, es wird schon es kommt diese Kacke wieder ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja, ja ja, ja, ja ja, ja, ja ja, ja ja, ja, ja Es ist hier so eine richtig blöde Stelle, was ist das? Boah Leute! Ja, wie soll man das da rausfinden? Das soll das jetzt genau sein. Ein umgedrehtes Haar. Das ist wieder was. Also das war es schon. Ein umgedrehtes Haar ist das. Spiel? Fick dich. Ein ungedrehtes Haar. Was sieht denn aus wie ein Haar? Ich glaube... Müsste ja... Das... Das... Nee... Nein, nein, nein! Rechts! Recht! Nein, links! Ein... Mann, einen! Nein! Nein! Rechts! Noch ein! Das da! Alter! Du hast auch so eine Rechts-Links-Schwäche, kann das sein? Ja! Vielleicht noch eins! Ja! Da! Da! Ein Strich mit dem Punkt! Das... Das da! Das da! Das da! Das da! Das da! Ja! Das da! Das da! Das da! Das da! Das da! Ja! wir haben nicht mehr untersucht irgendwie es geht schon wieder richtig ab hier also hier haben wir was wir haben was das ist nix es ist nämlich nichts mehr passiert wir müssen zurück zurück ganz zurück spiel dann gehen wir auf 1 2 er ist auch so jung gestorben was ist da los petro 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 ich wusste dass es von mir kommt es ist ja so lächerlich linke schulter rechter arm jetzt noch den linker fängt ich jetzt alles gut Und... Battle, 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 battle So, ähm, wir bauen uns wieder diese Scheiße hier oben Und dann guck mal nach unten Nehm's Oh Ich hab die... Ich hab die... Ich hab die... O besser... Ich hab den Merse heb Wie säb ich hier warum muss es immer gewitteln warum artym und so kleiniges ding all right Die Augen und Mund sind verschlossen. Äh, ich weiß nicht, was ich... Ich weiß nicht. Nein, ich weiß nicht. So, das ist ja schon feucht, ne? Ja, ne? Ja, und das Reagenz brauchen wir. Das ist hier... Der kleine Licks hat nicht ausgemacht. Nee, doch nicht. Ah, ich dachte hier ist ausgegangen. Ey! Ich jetzt mit dir, ja? Ja. Äh, wenn du zerlegt ist, dann brauchen wir einen scheiß Karpel. Skabau! Ach, das war die Kacke. Kollege, was geht ab? Mein Freund. Na? Oh, meine Ohren! Das Krieg von der Scheiße war doch kein Hauptstum. Geht nicht mehr. Aber ich... Das ist langsam... Ja. Ja. Ich brauche die Schläuche. Und das Ding. Die Schläuche waren hier unten. Und, äh, ich brauche eine unteren Etage. Klammer. So. Wenn die Kacke fertig ist, dann müssen wir wieder Kacke machen. Und die Br� bıppern. Die Brütteln. Das ist nicht so easy. Und danach. Und danach. Und danach. Und dann und dann und dann 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 wäre schon allein creepy finde ich Als er gerade schiebt, den sie irgendwie einfach. Ähhhhhhhhh. Das ist nur das mal stimmt. Ich brauche einen Trocken noch. Den Trocken noch irgendwie. Trocken. Ich brauche einen Trocken. So, dann komm. Dann komm. Dann komm. Wenn jetzt irgendwas steht und die kippt es nicht mit zum Sterbich Er müsste das sein. Dann ist er. Na komm. So. Ja. Jetzt muss man den Scheiß reinigen, das heißt ich muss... äh, b-b-b-b, ich muss mal orientieren, ob das war, also es war beides, das würde ich mir, hallo, na, was geht ab heute? Na? Hm? Ich wollte gerade schon sagen. So, kurz klein hängen. Oh mein Gott, ich habe ihn gerade nicht gesehen. Kollege, was geht ab? Oh mein Gott, da hatte ich gerade eine Gänsehaut. Oh mein Gott. Ich war gerade... na, ist ja nicht viel vor sich, glaube ich bin das jetzt noch nicht oben. Aber es ist... der ist irgendwie heute nicht so aggressiv wie sonst auch, oder? Da täusche ich mich da vollkommen. Der letzte Mal war aggressiver, ist mir passiert. Du warst nicht draußen, du bist gleich dran, du musst doch kurz warten. Ich will... ich will nicht wissen, wie der dritte wird. Ich will es nicht. Du, 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 du... Er war jetzt... Ich weiß nicht, wo war er drin. Er war jetzt Delm, ich glaube, er war da drin, oder? Nein, bei dem Namen da. Okay. Okay. Jetzt bist du schon ganz dran. Bitte, fick dich mein Leben komplett. Bitte. Noch ein bisschen weiter leben. Bitte. Sei ganz lieb. Bitte. Sei ganz lieb. Er lächelt schon so, wirklich ewig. Ja, also das war auch ein Mark. Und dann die Folge. 3-7 Minuten. Ja, das ist noch ein bisschen nichts mehr nach vorne. Ja, das ist noch ein bisschen nichts mehr nach vorne.